So Freunde, Pumping Air-Chan hier nochmal ein Talk-Video für euch. Ich werde oft gefragt von denen, die nicht aus Bayern stammen, was ich denn in Air-Chan's Bodygym so anbiete, dass die vom Weiten herkommen und sich betreuen oder beraten lassen. Ich gehe mal die Geschichte ganz kurz durch, Freunde. Ich habe mittlerweile deutschlandweit einige Menschen, die ich betreue, die kommen von unterschiedlichsten Schichten, die sind auch von unterschiedlichsten Berufen. Die sind nicht alle Fitness-Fanatiker, sondern die wollen einen neuen Lebensweg einschlagen und sich wohler fühlen, als die sich jetzt gerade fühlen. Es sind Ärzte darunter, es sind Anwälte darunter, es sind Kosmetikerinnen darunter. Es sind quer durch von allen Berufsschichten und Altersschichten und natürlich auch Schicksalsschichten. Manche haben Krankheiten besiegt, manche sind gerade krank, manche haben Magersucht, manche haben Übergewicht, manche brauchen nur Motivation und manche wollen nur die Ausführungen der Übungen und die Intensität des Trainings mitbekommen. Da stehe ich zur Seite und betreue nach meinem Wissen und Gewissen, diese Menschen, egal wie alt, wie jung, wie stark, wie schwach die sind, betreue ich die eben, bringe denen diese Trainingslehre bei, wie man trainieren sollte, vor allem, wie man für sich trainieren sollte, nicht gegen sich trainiert, bringe ich denen bei. Das läuft so, ob, sagen wir mal, jemand, der von 700, 800 Kilometern Entfernung kommt, ruft hier an, macht einen Termin aus für drei Tage, übernachtet dann die drei Tage auch in München, im Umgebung von mir sind mehrere Hotels, die kommen dann drei Tage jeweils eineinhalb bis zwei Stunden in mein Gym rein und trainieren mit mir. Ich bin dann in den zwei Stunden nur mit denen beschäftigt und bringe denen meine Trainingslehre bei, wie man diverse Übungen ausführen sollte und welche Pausenzeiten, welche Intensität, welche Wiederholungszahl man machen müsste, bringe ich denen bei, dass die das, was die hier sehen, lernen und spüren, bei sich zu Hause genauso praktizieren können. Wie ihr wisst, Freunde, haben wir mittlerweile 13 Millionen Fitnessstudio-Gänger, also 13 Millionen Fitnessverträge, Fitnessmitgliedschaften haben wir. Leider Gottes können die Discounter diese Menge Menschen nicht aufklären. Also heißt es, ein Fitnessvertrag erfüllt immer noch nicht einem seinen Wunsch, dass er richtige, korrekte Trainingslehre beigebracht bekommt und damit auch seine Erfolge erzielen kann. Deshalb gibt es Menschen, die wie ich hier arbeiten, sind Betreuer, Berater, die haben Sportwissenschaft studiert oder Ernährungswissenschaft studiert und manche andere haben wie ich 30, 35 Jahre lang Bodybuilding gelebt und geliebt. Ich denke, beide Varianten können gut funktionieren. Jeder müsste dann nach seiner Sympathie jemanden aussuchen, mit dem er sich vorstellen kann, zusammenzuarbeiten und hinfahren und diese Trainingslehre über sich ergehen lassen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr willkommene, lukrative Art, Zeit zu sparen, Freunde. Vielleicht, wenn ihr selber rumforschen würdet, würde das ewig dauern, bis ihr diese Trainingslehre versteht. Es geht ja nicht hier nur um Trainingslehre und Trainingsintensität, sondern auch Ernährung. Wir stehen ja mit der Ernährung auch beiseite. Wir machen einen Ernährungsplan, die immer wieder nach Aktualisierung der Körper, also wenn der Körper sich verändert, dass dann auch die Ernährungsplan oder Trainingsplan sich ändert. Das ist eine Zusammenarbeit, die manchmal über ein Jahr geht, sechs Monate oder drei Monate. Das können die Kunden selber bestimmen. Also, ich habe mittlerweile einige aus Deutschland, hier aus der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Italien, Österreich, ich denke, 90, 95 Prozent sind sehr zufrieden. Wir haben auch hier eine menschliche Bindung. Es geht nicht nur um oberflächliche Körperkult, sondern auch Menschlichkeit. Was kann man mit denen noch machen, dass man die noch mehr motivieren kann, dass die noch erfolgreicher sind, als sie sind. Ob das jetzt ernährungstechnisch, trainingstechnisch ist oder im privaten Leben. Also, wir werden fast auch Freunde mit denen, was dann mich bereichert und ich mit meinem Wissen die bereichere, wo wir noch glücklicher werden, als wir sind. Also, das heißt, in Kurzform, Air Chance Body Gym wird gearbeitet, dass sich die Menschen, die nicht gut auskennen, in diesem Trainingssystem aufgeklärt werden, die sich nicht gut auskennen, in diesem Ernährungssystem, Ernährungssystem beigebracht bekommen und betreut werden. Ob das jetzt Frauen, Mädchen, Jungs, alte Männer sind, das spielt keine Rolle. Jeder, der Hilfe braucht, bekommt hier Hilfe in dem Maß, was er sich wünscht. Deswegen kann ich nicht alle Fragen auf Facebook, auf Instagram oder auf YouTube beantworten, was hier vor sich geht. Deswegen wollte ich ein Video machen, der euch ein bisschen aufklärt. Jeder, der Interesse hat, eine Trainingssession mitzumachen, soll sich bei mir im Gym melden und wir ziehen hier durch. Wir machen einen Termin aus, ihr kommt her, wir machen erstmal Check-up, schauen, welcher Zustand ihr seid. Ich muss noch dazu sagen, Freunde, ich betreue oder berate nicht von Entfernung. Also ich muss denjenigen, denen ich einen Ernährungs- oder Trainingsplan mache oder meinem Wissen weitergebe, live sehen. Ich muss mich vergewissern, dass er gesund ist, dass er diese Belastungen, was ich ihm mitgeben will, auch durchstehen kann, dass er körperlich topfit ist, Herz-Kreislauf-System topfit ist, dass ich ihn dann genauso belasten kann, wie ich mich auch belaste. Für mich gibt es nicht starke, schwache, für mich gibt es nur faule und fleißige. Und ich bin immer neben dem, der fleißig ist und der aus sich was machen möchte. In diesem Sinne, Freunde, hoffe ich, dass ich ein bisschen Aufklärung betrieben habe, dass ihr jetzt wisst, wenn ihr Hilfe braucht, sucht bitte einen Fachmann, das muss nicht nur ich sein, es gibt genügend in Deutschland super Personal Trainer, die ihre Dienste anbieten, bevor ihr zwei, drei Jahre lang einige Sachen kaputt macht, euer Stoffwechsel, eurem, was weiß ich was, Körperhaltung, irgendwelche Muskelverkürzungen, irgendwelche Muskelverletzungen, das braucht ihr alles nicht. Ich meine, wir zahlen für alles und Körper ist das Wichtigste. Wir haben nur einen Körper und den müssen wir schätzen und schützen, damit wir langfristig mit ihm glücklich durchs Leben gehen können. Euer Pumping Erdscher, Viel Erfolg, Freunde! Das ist ein paar物 NetDE trabaje. Keine Ahnung, we great uns mit euch gehört,